Lieber Abt Maximilian, lieber Pater Wolfgang, sehr verehrte Mitglieder des Lehrkörpers, liebe Studierende, ganz besonders die Neulinge, die jetzt ihr Näschen in die Wissenschaft stecken wollen. Ich sage Ihnen jetzt schon, wir machen heute einen kleinen Anweg, aber keine Bergtour mit Seil und Haken. Es gibt keine Abstürze, keine Angst. Es ist immer schwierig, wenn ein Referent einen Rektor ein bisschen korrigiert. Aber von den Daten ist es so, dass ich im Jahre 1995 Leiter der deutschsprachigen Abteilung im Staatssekretariat des Vatikans wurde, also ganz in der Nähe von Johannes Paul II., dem heiligen Papst, und dann im Jahre 2002, also nach sieben Jahren, ins Domkapitel gerufen worden bin. Das war ich dann schon im Jahr 2000. Da habe ich dann ein bisschen Pendeldienst gemacht. Also in diesen spannenden sieben Jahren, auch Heiliges Jahr 2000, großes Jubiläum, war ich in Rom. Ich kenne deshalb auch ein bisschen die österreichische Kirchenlandschaft. Ich war auch dabei, als Johannes Paul II. 1998 die Österreichreise machte. Wir waren in Salzburg. Waren Sie vielleicht auch mit dabei? Da hat es angefangen. Dann waren wir in St. Pölten. Super. Und dann war der Höhepunkt Wien mit der Seligsprechung unter anderem von Schwester Restituta Kafka. Super. Ja, auch wenn man da schaut. Das war so. Restituta Kafka hatte ja den Spitznamen im Kloster, aber auch sie war OP-Schwester, Schwester Resoluta. Und sie ist bis zum Schluss eine resolute Schwester geblieben. Nicht im Sinn einer resoluten Schwester, die sozusagen mit zusammengebissenen Zähnen und erhobenen Fäusten aufgetreten ist, sondern sie hatte im guten Sinne ihre Entscheidungssicherheit. Und so heiße ich auch ganz besonders hier die Schwestern willkommen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch an der Uni, an Hochschulen Frauen nicht nur gönnerhaft fördern, sondern dass wir auch ihr Charisma der Weiblichkeit in die Theologie einbringen. Ich danke ganz herzlich, auch Sie sind nicht mein Hiwi, aber Sie sind der technische Assistent. Und wir haben uns ja schon, Sie waren Weihrauchsträger, wir sehen uns oder den Buchdienst haben Sie gemacht jetzt bei der Messe. Ich glaube, das klappt jetzt hier von der Liturgie auch zur Wissenschaft ganz gut. Wir haben hier eine PowerPoint vorbereiten lassen. Und da kann man dann auch die längeren Zitate mitlesen. Aber jetzt fangen wir an, medias in res. Kürzlich las ich in einer wissenschaftlichen Biografie folgende Sätze, die mich spontan angesprungen haben, weil sie mir sehr aktuell erscheinen. Das Jahrhundert ist geprägt von einer Zeitenwende, von einem Umbruch, der alle Schichten erfasste und niemanden unberührt ließ. Diese Entwicklung begann bereits vorher und dauerte darüber hinaus. Haben Sie ein Handy? Nein, habe ich nicht. Ich bin ganz entkabelt. Aber das wird ein Handy, die Hände nicht aufstellen. In der Politik, in der Kirche, in der Gesellschaft, überall wurden alte Werte brüchig, verloren an Glanz und mussten neuen Überzeugungen Platz machen. Der Mensch entriss der Welt ihren Schleier. Er suchte, ihre Geheimnisse zu ergründen. Sein Interesse verlagerte sich von der Vertikalen hin zur Horizontalen. Der Mensch machte sich zum Maß aller Dinge. Er stellte sich in den Mittelpunkt seines Denkens und Handelns. Die Welt und Gott wurden zu Objekten. Eine Reaktion auf den Niedergang der Amtskirche war die Emanzipation der Laien. Aber auch die Laienkirche bot ein zwiespältiges Bild. Es gab eine Tendenz zur Verdinglichung des Glaubens. Die Menschen suchten Schutz vor den vielfältigen Gefahren des Lebens. Die Leichtgläubigkeit kannte keine Grenzen. Was staccatoartig vom 15. Jahrhundert ins Licht gehoben wird, hochinteressant, scheint mir auch kennzeichnend für das nach Junge 21. Jahrhundert zu sein. Papst Franziskus war einer der ersten der Monate vor der Pandemie, die für uns alle eine historische Zäsur bedeutete, schon von einer Zeitenwende sprach. In jenem Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland vom Juni 2019, der wenig beachtet wurde in der Breite und der trotzdem in manchen Kreisen viel Staub aufgewirbelt hat und eine kontroverse Diskussion bis heute initiierte, die nicht selten in eine Vereinnahmung des Papstes für die je eigene Position mündete. In diesem Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland lesen wir, wir sind uns alle bewusst, dass wir nicht nur in einer Zeit der Veränderungen leben, sondern vielmehr in einer Zeitenwende, die neue und alte Fragen aufwirft, angesichts derer eine Auseinandersetzung berechtigt und notwendig ist. Die Kirche besteht, wie es im ersten Petrusbrief heißt, aus lebendigen Steinen, aus Menschen, die sich hier und jetzt zu Christus bekennen, die bei aller Fehleranfälligkeit, bei allem Versagen in seine Fußstapfen treten wollen, seinen Ruf, folge mir nach, gehört haben und immer neu hören. Das wünsche ich Ihnen, dass bei allem Wissen, das sich in Ihren Hirnen jetzt ansammelt, Sie immer wieder als Leitfrage haben, wo will Gott mich hinhaben, wohin führt mich sein Ruf? Zu dieser Kirche als Nachfolgegemeinschaft zählen auch wir. Vor einem Jahr feierten wir den 500. Geburtstag des heiligen Petrus Canisius, nicht nur in der Diözese Innsbruck, deren Patron er ist, sondern auch im Bistum Augsburg, das sich seines ehemaligen Kathedralpredigers und Universitätsgründers gern erinnert hat. Ich selber folge den Spuren des Petrus Canisius, weil ich war auch Domprediger, zwölf Jahre lang. Da war ich auch stolz darauf, obwohl ich natürlich kleineres Schuhwerk habe als er. Leider wurde der runde Geburtstag des zweiten Apostels Deutschlands nach Bonifatius in meinem Heimatland geradezu verschluckt von der Welle des sogenannten Synodalen Weges, dem eine Persönlichkeit vom Format des Canisius als geistlicher Begleiter zu wünschen wäre. So bin ich sehr dankbar bei Ihnen, lieber Abt Maximilian, mit dem heutigen Thema auf offene Ohren gestoßen zu sein. Mein Vorgänger hier war Bischof Rudolf Voderholzer, Regensburg. Ich Augsburger Bischof, wir grenzen sogar einige Kilometer aneinander. Und als ich ihm in Fulda erzählt habe, dass ich in wenigen Tagen hier nach Heiligenkreuz fahre, habe ich ihm gesagt, wir sind nicht konträr bei Petrus Canisius, sondern wir sind komplementär. Und so werde ich sicherlich manches noch ergänzen können, anders auch von den Schwerpunkten her unterstreichen, als es Bischof Rudolf gemacht hat. Aber Sie werden neben den Schnittmengen sicher das eine oder andere auch neue für sich finden. Jedenfalls wünsche ich es. Ich bin nämlich sicher, dass Petrus Canisius auch nach 500 Jahren noch Menschen begeistern und mobilisieren kann. Und das mit Recht. Denn wir können viel von ihm und seinem Einsatz für Christus lernen. Und so erlaube ich mir jetzt, Medias in Res zu gehen und in einem persönlichen Zugang wichtige Aspekte aus Leben und Wirken dieses missionarischen Jüngers, so würde Papst Franziskus nach Evangelii Gaudium Petrus Canisius nennen, zu entfalten. Kommen wir zunächst zum Prediger und Ratgeber. Unmittelbar nach seiner Entscheidung gegen den Eintritt in die hoch angesehene Kölner Karthause und für den neuartigen und daher in weiten Kreisen der Gesellschaft kritisch beäugten Jesuitenorden. Neue Gemeinschaften haben es immer schwer, das wissen wir. Den er, diesen Eintritt, durch seinen Exerzitienmeister Petra Faber kennengelernt hatte, gründete der 22-jährige Holländer mit Hilfe seines väterlichen Erbes eine erste jesuitische Niederlassung. Damit setzte er ein klares Zeichen für die sogenannten Altgläubigen, die zum Papst und der überlieferten Glaubenslehre hielten. Denn der amtierende Kölner Erzbischof und Kurfürst Hermann von Wied war drauf und dran, sich öffentlich als reformatorisch zu bekennen und hatte bereits seit Jahren Lutheraner als Prediger zugelassen. Starker Tobak, schon damals. Deshalb war es in den Augen vieler besorgter Katholiken notwendig, endlich zu intervenieren. Fast kommt es einem Husarenstück gleich, dass es gerade dem jungen Peter Canis, wie man ihn nannte, 1545 als Unterhändler gelang, Kaiser und Papst für die brenzlige Situation und die drohenden Folgen zu sensibilisieren. In Rom reagierte man schnell. Man setzte Hermann von Wied ab und die Stadt der Heiligen Drei Könige blieb katholisch. Petrus Canisius, wie er sich fortan nach Humanistenbrauch nannte, wirkte als begeisternder Theologieprofessor in Köln und als Prediger an Sonn- und Feiertagen, übrigens schon vor seiner Priesterweihe am 13. Juni 1546. Auch das ist interessant. Der hat gepredigt vor seiner Weihe. Danach reihte er sich mutig und konsequent ein in die Zahl derer, die ihr Leben der Erneuerung der katholischen Kirche verschrieben hatten. Ein erster Meilenstein war dabei die Entsendung als Konzilstheologe nach Trient durch den Augsburger Bischof Kardinal Otto Truxess von Waldburg-Trauchburg, mit dem er sich einige Zeit vorher angefreundet hatte. Warum ist der Augsburger Bischof Kardinal geworden? Weil er zusammen mit den Fuckern viel Geld an den heiligen Stuhl gegeben hat. Sonst musste später, als die Freundschaft etwas erkaltet war, Petrus Canisius schon seinen Bischof in Augsburg mahnen, weniger auf Jagd zu gehen und öfter mal die Messe zu zelebrieren. Historisch betrachtet ist es wohl überhaupt, Canisius und seinen Mitbrüdern zu verdanken, dass dieses mit insgesamt 18 Jahren längste Konzil in der Kirchengeschichte, das Tridentinum, überhaupt abgeschlossen werden konnte. 18 Jahre Konzil, Dauerkonzil, Perpetuierung des nicht-synodalen Weges, sondern des Reformkonzils. Seine Beziehung zu Kardinal Truxess von Waldburg offenbart überdies, dass Canisius zwar Jesuit war und damit, wie er auch genannt wurde, kompromissloser Papalist, aber keinesfalls Verständnis heuchelte, wo Mahnung oder gar der Hinweis auf das jüngste Gericht angezeigt waren. So machte er auch gegenüber höchstrangigen Würdenträgern und Gönnern keinen Hehl daraus, dass in seinen Augen Strukturreformen innerhalb der Kirche dringend notwendig waren. Aber leider blieb sein Einsatz in dieser Hinsicht erfolglos. Die neueste, fundierte und dabei gut lesbare Biografie unseres Heiligen aus der Feder von Matthias Moosbrugger resümiert lapidar, dass die deutsche Kirche noch beinahe ein Vierteljahrtausend lange eine machtpolitisch orientierte Adelskirche bleiben sollte, ist Tatsache. Auch das ist interessant. Wie sehr der junge Mitbruder für die Rettung der Seelen brannte, erfuhr 1548 auch der Ordensgründer Ignatius von Loyola, als er Canisius vor dessen Profess auf Lebenszeit in seine unmittelbare Nähe nach Rom rief. Und obwohl der erste deutsche Jesuit dort, unter anderem als Gärtner und Küchengehilfe, seine Bereitschaft zu allen Arbeiten im Dienste der Compagnia di Gesù unter Beweis stellte, wurde offensichtlich, dass der hellhäutige, rothaarige Mitteleuropäer nicht nur die mediterrane Hitze schwer ertrug, sondern sich in einer Art pastoralem Heimweh unablässig nach Deutschland zurücksehnte. Doch erst der scheinbare Umweg über das sizilianische Messina und die dortige Gründung eines neuartigen Jesuidenkollegs vermittelten Petrus Canisius das nötige Rüstzeug für seine weitere Mission. Kaum hatte er am 4. September 1549 seine letzten Gelübde abgelegt, brach er in Bewusstsein damit einem göttlichen Auftrag zu folgen auf nach Ingolstadt, nicht ohne vorher in Bologna noch den für eine Anstellung an der Bayerischen Universität notwendigen Doktorgrad zu erwerben. Also man brauchte auch in Ingolstadt, in Bayern, eine akademische Qualifikation, um dort kompetent lehren zu können. Canisius hatte erkannt, dass Bildung und Ausbildung eine zentrale Rolle in der Verkündigung und Festigung des Glaubens spielten. Deshalb bin ich auch Ihrer Einrichtung sehr dankbar. Sie machen, betreiben, wenn ich so sagen kann, kirchliche Theologie. Heute in den Fürbitten war die Bitte um eine kniende Theologie. Natürlich, wir müssen auch unseren Hintern hinter Schreibtische setzen und nicht nur Kniebänkeln aufstellen. Das braucht Sitzfleisch, das Studium. Bei der Knie-Theologie geht es um eine Grundhaltung. Fides querens intellectum et intellectus querens fiedem. Das gehört zusammen. Es ist nicht irrational zu glauben. Aber ich kann auch den Glauben als gesetzte und von der Offenbarung abgeleitete Lehre, mit H geschrieben, nicht einfach rationalistisch auflösen. Herb war die Ernüchterung, die aus Karnisius erst im Ingolstädter Bericht an die Ordensleitung spricht. Wieder im Text ausgedruckt. Es ist im Allgemeinen nutzlos, irgendein Interesse für Religion bei den Deutschen vorauszusetzen. Für die Katholiken beschränkt sich die religiöse Praxis darauf, eine inhaltsleere Predigt an Feiertagen zu hören. Was Fasten letztlich bedeutet, erschließt sich den in Deutschland lebenden Katholiken nicht. Wenn es hochkommt, ist gerade einmal das Wort Fastenzeit bekannt. Heute kennen wir eher Ramadan als Fastenzeit. Wie selten ist es, dass Sie in die Kirche gehen, die Messe mitfeiern oder auch nur das geringste Interesse für religiöse Traditionen zeigen. Wohlgemerkt, ich spreche von den Katholiken, die diesen Namen noch tragen. Jeden Tag gibt es eine Messe in unserer Kapelle. Man kann die Glocke auch zweimal läuten. Kein Glockenspiel, sondern... Alles vergebliche Liebesmüh. Es besuchen nur wenige Leute die Messe, auch wenn sie uns schätzen wegen unserer Lehre und unseres Lebensstils. Klingt uns das nicht sehr vertraut? Aber Canisius und seine Gefährten lassen sich nicht entmutigen. Sie igeln sich nicht ein oder widmen sich in Wagenburg-Mentalität den wenigen verbliebenen Katholiken. Im Gegenteil, treu dem Leitwort ihres Ordens, Juvare animas, den Seelen helfen, suchen sie das Gespräch mit allen, den Gebildeten und Ungebildeten, den Armen und Reichen, den Ausgestoßenen und auch Randständigen und vor allem jenen Menschen, die der katholischen Kirche schon den Rücken gekehrt hatten. Dabei leben die Jesuiten selbst extrem aszettisch, buchstäblich von der Hand in den Mund und sie leben vor, was sie inhaltlich verkünden. Jahrzehnte später wird Canisius seinem Ordensgeneral das bewährte Vorgehen im Rückblick folgendermaßen erläutern. Es ist sicherlich nicht angebracht, den Heretikern, damit sind alle reformatorischen Strömungen gemeint, mit Härte zu begegnen und sich ihnen gegenüber eines rüten Umgangstons zu befleißigen. Derartiges Verhalten liefe auf nichts anderes hinaus, als das geknickte Rohr zu brechen und den glimmenden Docht auszulöschen. Diejenigen, die die Reformation bitter und misstrauisch gemacht und dem rechten Glauben und uns Katholiken entfremden hat, muss man mit Sanftmut eines Besseren belehren, damit wir in aller Liebe und allem Wohlwollen ihre Herzen im Herrn für uns gewinnen. Man muss versuchen, sie für einen einfachen Glauben zu gewinnen. Nicht nur durch Worte, sondern auch durch beispielhaftes Verhalten. Soweit Petrus Canisius. Einfacher Glaube. Nicht so Fisterei. Oder wie wir das oft im Deutschen machen, findet man noch ein Schlupfloch. Das ist doch auch so ein Punkt. Einfach heißt nicht simpel. Aber den Menschen auf einfache Weise den Glauben zu vermitteln. Jesus hat nicht vor allem gepunktet bei Schriftgelehrten und Pharisäern, sondern bei Fischern am See. Er hat vorwiegend zu einfachen Menschen gesprochen, die aber tiefgründig waren. Wort und Tat, Lehre und Leben, Reden und Hören müssen eine Einheit werden, um glaubwürdig Zeugnis von Christus abzulegen. Schon Paulus, der Völkerapostel, wurde nicht müde, dies als Zentrum seiner Verkündigung der Frohen Botschaft zu betonen, wenn er schreibt, Obwohl ich von niemandem abhängig bin, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Für die Mitglieder der Gesellschaft Jesu wurde dieses Allen bin ich alles geworden zur pastoralen Richtschnur. Doch was heißt diese Maxime für uns, meine lieben Hörerinnen und Hörer, 2000 Jahre nach Paulus und 500 Jahre nach Canisius? Ich meine zuerst es nie an Respekt fehlen lassen. Dass ich unter allen Umständen anständig und höflich bleibe, das bin ich Gott mir selbst und der kirchlichen Gemeinschaft schuldig. Auseinandersetzungen innerhalb der Kirche, die sogar unter den Maßstäben, etwa wie sie in der Wirtschaft oder in der Politik gelten, zu führen, glaube ich, ist nicht in Ordnung und entspricht nicht unseren Maßstäben. Wir brauchen durchaus Mut zu Kontroversen, aber eine Konfliktkultur, glaube ich, muss immer wieder mit Respekt hören, anhören, zuhören und unterscheiden. Das ist auch, da fängt schon Synodalität an. Das echte Gespräch, der faire Disput, der besonders vom Guten zu- und hinhören lebt, ist heute leider selten geworden. Stattdessen begnügt man sich oft mit dem Abklopfen der anderen Position, mit einem Schlagabtausch, der die Suche nach Konsens oder gesundem Kompromiss erst gar nicht in den Blick nimmt. Die digitalen Kommunikationsplattformen fördern eher die Autorität und das schnelle Abkanzeln, die Anonymität und das schnelle Abkanzeln als die gegenseitige Achtung und Aufgeschlossenheit. Shitstorms, Fake News und so weiter. Wem sage ich das? Daher erscheinen mir die Empfehlungen, die Ignatius seinen Mitbrüdern für die Teilnahme am Konzil von Trient mitgab, aktueller denn je. Er schreibt, ich wäre langsam im Sprechen, würde beim Zuhören zu lernen suchen und bliebe dabei innerlich ruhig, um die Gedanken, Gefühle und Absichten der Sprecher besser aufzufassen und hernach umso besser zu antworten beziehungsweise umso besser zu schweigen. Auf dem Synodalen Weg zum Beispiel gibt es keine Schweigezeiten, Räume der Stille, sondern es ist getaktet, eine Minute, zwei Minuten. Da kann man nicht differenziert, empathisch sich in den oder die andere hineinhören. An einer anderen Briefstelle schreibt Canisius, Niedergeschlagenheit und Versuchten Seelen müssen wir mit besonderer Liebe begegnen, ihnen zuliebe das Gespräch ausdehnen und überhaupt mit gefälliger Liebenswürdigkeit privat und in der Öffentlichkeit ihnen zu Diensten sein, um so eine gegenteilige Stimmung herbeizuführen zu ihrer größeren Erbauung und Tröstung. Trost ist bei Ignatius, auch bei Canisius ein ganz wichtiges Wort. Trost, nicht aufstacheln, nicht in die Offensive gehen. Tröstet, tröstet mein Volk, Deutero Jesaja, Jesaja Buch 40. Das sind nicht nur adventliche schöne Stellen, Es geht um den Dienst des Trostes und das Ergebnis der Tröstung. So treten wir auch alle mal an in der Seelsorge. Wir dürfen davon ausgehen, dass Petrus Canisius, der es Zeitlebens als besondere Auszeichnung empfand, Ignatius ganz persönlich kennengelernt zu haben, sich diese Empfehlung zu eigen machte. Nur so ist sein durchschlagender Erfolg in der, wie er es nannte, Wiedergewinnung der Seelen überhaupt zu erklären. Als gläubige Menschen sind wir also unbedingt in unserer Lernbereitschaft herausgefordert. Wir besitzen ja den Glauben ebenso wenig, wie wir Gott in die Tasche stecken oder als Talisman uns umhängen könnten. Eine Christin, die meint, die Wahrheit zu kennen und sie anderen buchstäglich um die Ohren schlagen zu müssen, entlarvt sich als jemand, der das Evangelium eigentlich nicht verstanden hat. Auch einem anderen mal so en passant das Christsein oder das Katholischsein abzusprechen, nur weil das Gegenüber was sagt, was nicht meiner Vorstellung entspricht, ist durch das Evangelium nicht gedeckt. Sie dürfen mir glauben, liebe Hörerinnen und Hörer, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sekretariat und ich wissen, wovon ich spreche. Ich bin jetzt gut zwei Jahre erst Geweihterbischof. Ich sage das deshalb, weil ich ein halbes Jahr ja wegen Corona auf die Weihe gewartet habe. Aber was wir sonst alles haben, an Streit, an Spannung, an Aufwallungen, eins steht fest, schriftliche und mündliche, auch Unterstellungen, zum Teil bis in die Ebene von Beleidigungen und verbale Angriffe, haben zugenommen. Das ist schlecht. Sie sind hier auch in Heiligenkreuz digital gut unterwegs. Komplimenti. Aber schauen Sie bitte auch, auf welchen Plattformen Sie sich bewegen, wo Sie liken, wo Sie den Daumen nach unten machen und wenn ja, ob das ein differenziertes und ehrliches Urteil ist. Argumentieren ist gut, aber einfach Fallbeile auspacken, verbal Fallbeile, das ist nicht gut. Umso wichtiger ist es für alle, die es mit dem Glauben ernst meinen, sich an Vorbildern zu orientieren, was Ignatius in seinem Exerzitienbuch von dem liebenden Verhältnis zwischen Gott und Mensch aussagt. Die Liebe besteht in der Mitteilung von beiden Seiten. Kommunikation. Nämlich darin, dass der Liebende dem Geliebten gibt und mitteilt, was er hat oder kann. Und genauso umgeht er, der Geliebte dem Liebenden. Für Ignatius ist diese Verbindung immer Kommunikation. Das dürfen wir auch als Grundlage für eine gelingende innerkirchliche Kommunikation, wir nennen das gerne Dialog oder von mir aus auch Synodalität, anerkennen. Canisius hat dies in der aufgeheizten Stimmung seiner Zeit und den hitzigen Debatten um die richtige Lehre zu leben versucht. Gleichzeitig stand er als Prediger, Beichtvater und geistlicher Begleiter gewissermaßen an der Front und kämpfte nach seinem Verständnis nicht nur gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern, wie schon es Paulus schrieb, gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Es herrschte Krieg, wenn er auch zu Canisius' Lebzeiten noch hauptsächlich mit Wort und Schrift ausgetragen wurde. Keine Seite ging mit der anderen zimperlich um. Man sprach auch im negativen Sinne Deutsch miteinander. Überdies störte der redegewandte Jesuit als Beispiel eines Beispiellosen den Durchschnitt. Sein Mahnen und Warnen, die Klarheit seiner Lehre und die Offenheit seiner Einwände verärgerten die Unentschiedenen und Halben. Sie verbitterten die Bequemen als unbequem. So der Dillinger Historiker Götz von Pöllnitz bei dessen Antrittsvorlesung 1954. Und es ist so, als Domprediger weiß man, Canisius wurde dann vom Domkapitel nach einiger Zeit abberufen. Offiziell war die Begründung, er war auch provinzial und zu wenig in Augsburg. Präsenzmangel, aber es war schon auch so, dass seine Predigen, weil sie waren unpolemisch, aber klar, zu Streit, zu Zwischenrufen, zu Schlägereien auch im Dom geführt hatten. Dann hat man den lieber aus dem Verkehr gezogen. Wir alle wissen, dass es nicht bei Beschimpfung und gegenseitiger Ehehrabschneidung blieb, sondern wenige Jahrzehnte später daraus ein riesiger Flächenbrand damals wurde. Um der historischen Redlichkeit willen sei an dieser Stelle auch nicht verschwiegen, dass Canisius aufgrund des großen Zulaufs, den er vor allem in Augsburg fand, einen nicht zu unterschätzenden Anteil an der Verbreitung des Hexenwahns hatte. Auch wenn bisher keine Quelle, seine unmittelbare Beteiligung an einschlägiger Anschuldigung oder gar einen Prozess nachweist, so wirft die fixe Idee, dass der Teufel sich Menschen bemächtigt, die man dafür mit dem Tode bestrafen müsse, doch einen Schatten auf sein Leben, den wir nicht einfach wegspiritualisieren können. Aber er war nicht ein Fanatiker. Er war da einfach auch ein Kind seiner Zeit. Petrus Canisius war geprägt vom Sendungsbewusstsein, dem Auftrag, dem er sein Leben geweiht hatte und der Erfolg gab ihm Recht. Zugleich war er ein zutiefst spiritueller Mensch, der sich und seine Motive nach ignatianischer Weisung beständig prüfte. Mit Gebet und mehrfacher täglicher Gewissenserforschung, Examen heißt das, hatte er immer ein Korrektiv zur Hand. Streng mit sich selbst nahm er Maß am Ideal, er warb im Blick auf andere schriftlich und mündlich um Großherzigkeit, ja zeigte gegenüber dem Fehlverhalten anderer meist höchstes Verständnis und ermutigte sie durch Güte. Alles in allem lebte er jene Überzeugung, die Jahrhunderte später sein Mitbruder Karl Rahner am Ende eines langen Lebens als Theologe und Seelsorger so formulierte. Es mag, wer weiß, eine ungeheuerliche Anmaßung der Kreatur sein, wenn ein Einzelner sich nicht retten lassen will, ohne dass er sähe, wie sein Nächster gerettet werde. Es kann aber auch ein sublimer, letztlich von jedem Christen geforderte Akt der Nächstenliebe sein, wenn er eigentlich nur in der Hoffnung für alle für sich selber hofft und darum darüber nachdenkt, wie die Gnade Gottes, die letztlich Gott selber in seiner Selbstmitteilung, Offenbarung ist, wirklich über alles Fleisch und nicht nur über ein paar sakramental Gezeichnete ausgegossen ist. langer Rahner Satz, deutscher Cicero. Aber wichtig ist die Hochherzigkeit und dass auch der Heilswille Gottes letztlich über manche kirchliche Grenze geweihtet werden kann. In der Hoffnung für alle, für sich selber hoffen, haben wir dies noch im Blick, wir Priester, Ordensleute und alle, die sich auch hier auf einen kirchlichen Beruf vorbereiten. Wie steht es überhaupt mit unserer Hoffnung, mit der Ausrichtung auf die Wirklichkeit der Transzendenz? Wer predigt noch über die letzten Dinge? Die Vorletzten, wenn überhaupt, haben uns so in Beschlag, dass wir kaum noch hinüberschauen, der November kommt, Lichtle anzünden, wie der Schwabe sagt, an aller Heiligen und aller Seelen am Grab und dann zum Volkstrauertag vielleicht wiederkommen, ist doch zu wenig. Wer predigt noch über Himmel, Hölle, Fegfeuer, ewiges Leben? Als ich noch selber Domprediger war, habe ich mal im November an den vier Sonntagen nur eine Predigtreihe zu diesen Themen angeboten. Und ob sie es glauben oder nicht, die waren besser besucht als meine Fastenpredigten. Weil die Leute wollen was wissen drüber. Sie diskutieren natürlich auch, aber sie wollen etwas wissen darüber. Und ich wünsche Ihnen auch, auch wenn viele junge Leute hier da sind, dass sie nicht nur in dem theologischen Studium, sondern auch in ihrem persönlichen, geistlichen Austausch diese eschatologischen Fragen nicht außer Acht lassen. Ich bin mir bewusst, dass es vor allem zur Verantwortung der Bischöfe, Priester, Theologen, Hauptberuflichen gehört, die sich häufen den Anzeichen einer sogenannten Exkulturation von Kirche, also ihrer wachsenden Entfremdung von kulturellen, ästhetischen und sozialen Erfahrungen der Menschen von heute nicht einfach auszublenden oder gar zu leugnen, sondern sie im Sinn des Evangeliums ernst zu nehmen und ihnen proaktiv durch Begegnung und Beziehung entgegenzuwirken. Das Schicksal unseres Mitmenschen, der immer unser Nächster ist, denken Sie ans heutige Evangelium vom barmherzigen Samariter, das Schicksal unseres Mitmenschen, der immer unser Nächster ist, muss uns unter die Haut gehen, ganz gleich wie fremd er uns erscheinen mag. Das ist für mich missionarisch. Religion, Studium, Glaubenswissen, Überzeugung ist nicht Privatsache. Wir studieren es doch, um als Burning Person Menschen für das Evangelium zu begeistern. Neben dem geistlichen Gespräch war die beinahe tägliche, ganz sicher, aber die sonntägliche Predigt, das bevorzugte Mittel, mit dem Petrus Canisius weite Kreise der Bevölkerung erreichte. Dabei soll nicht verschwiegen werden, dass, wie der Historiker von Pöllnitz, ich habe ihn schon zitiert, schreibt, von den rund 75.000 Einwohnern der schwäbischen Metropole, Augsburg, zu dieser Zeit höchstens noch ein Zehntel unter die Anhänger der alten Kirche gerechnet werden durfte. Jetzt muss man sich ja mal vorstellen, was da los war in Augsburg. In den folgenden fast sieben Jahren, 1559 bis 1566, hat Canisius im Augsburger Dom, eben als Domprediger, Hunderte von Predigten auf Deutsch und Latein gehalten. Viele haben Latein sicher nicht verstanden, aber weil er halt so gesprochen hat, wie er sprach, war selbst das Lateinische so, dass es den Augsburgern nicht spanisch vorkam, sondern sie haben es verstanden und haben sich überzeugen lassen. Er hatte enorme Durchschlagskraft. Auf sein Wort hin, Konzionibus moti heißt es, ließen sich bereits in der Fastenzeit seines ersten Dompredigerjahres sage und schreibe, 900 Personen wieder in die Kirche aufnehmen. Das wäre pastoraler Erfolg heute. 900 Rekonziliationen. Das bischöfliche Ordinaryat käme ja gar nicht mehr weiter mit diesen ganzen Sondergenehmigungen. Und es waren auch prominente Angehörige der Familie Fugger darunter. An diese Ereignisse erinnert übrigens die Domkanzel von 1946 ebenso wie der Petrus-Kanisius-Altar im Kirchenschiff. Ich lade Sie einfach mal dazu ein, wenn Sie mal eine Tour durch Bayerisch-Schwaben machen, auch in Augsburg vorbei zu schauen. Ich glaube, wir haben das auch als Bild. Können Sie mal die nächste Folie ein... Genau. Hier haben wir auch die alten Fassungen und der rechte ist der neue Petrus-Kanisius-Altar. Ja, ich mache jetzt einmal einen kleinen Sprung und möchte darauf kommen, dass es eigentlich ganz wichtig war, dass auch Obere, sowohl für Kirche als auch des Reiches, in diesem Fall Papst Pius V. und Kaiser Ferdinand I., den Wunsch äußerten, dass es ein Glaubenskompendium wieder geben sollte. Und damit war der Anstoß gesetzt für ein Lehrbuch, das mit dem Namen Karnisius bis weit ins 20. Jahrhundert verbunden bleiben sollte. Von Jugend an hatte Karnisius sich mit reformatorischem Gedankengut auseinandergesetzt und eigenhändig um Ausnahmen für die Studierenden der Jesuitenkollegin gebeten, nachdem Papst Paul IV. selbst antike Klassiker auf den Index gesetzt hatte. Also man musste um Erlaubnis fragen, wenn man auch Neugläubige, also reformatorische Schriften lesen darf. Ich gehe davon aus, Sie haben eine gute katholische Bibliothek, aber manchmal darf man auch noch andere Meinungen lesen, muss man auch lesen, um sich gut argumentativ auseinanderzusetzen. Als Student und Lehrer der Theologie vertiefte sich Karnisius in die kirchliche Tradition. Mit 25 Jahren gab er die Schriften zweier Kirchenväter heraus und profilierte sich in den nächsten Jahrzehnten als Patrologe. Die Kirchenväter waren nach seiner Überzeugung die wichtigste theologische Ressource, die man nicht der Deutungshoheit der Protestanten überlassen durfte. So hat er das auch formuliert. Dabei ging es ihm vorrangig um die Erneuerung der katholischen Frömmigkeit und vor diesem Hintergrund studierte er die Attraktivität des pastoralen Ansatzes der Reformatoren. Also er hat durchaus gesagt, der pastorale Ansatz, die Lieder, die Gebete, die deutsche Bibel, das war attraktiv. Aber er hat nicht gesagt, das darf bei uns Katholiken nicht sein, sondern er hat es studiert, um noch mal eins katholischerseits draufzusetzen. Deren Katechismus, also der Protestanten, als innovatives Instrument der Glaubensvermittlung modifizierte Karnisius ab 1553 in katholischer Manier, indem er ausgehend von den göttlichen Tugenden den Glaubensteil der Credo Vaterunser und die Zehn Gebote umfasste, um einen zweiten ergänzte, der, auch das ist interessant, der die Sakramente und die Gerechtigkeit im Alltag, also die guten Werke, noch nicht Soziallehre systematisch, aber durchaus auch mit diesen gesellschaftlichen Implikationen erläuterte. Dieser Summa, Doktrine Christiane, dem großen Katechismus, lässt er, Karnisius war geübter Pädagoge, weitere jeweils klar zielgruppenorientierte Katechismen folgen. Sie erscheinen während seiner Dompredigerzeit in Augsburg in mehreren europäischen Städten gleichzeitig, teils auch in volkssprachlicher Übersetzung und erleben noch im 16. Jahrhundert, man höre und starne, 82 Auflagen. Kaum zu glauben, ein Glaubensbuch als Bestseller. 82 Auflagen. Was damals so große Wirkung entfaltete, gilt bis heute in unserer Kirche als Nachschlagewerk und Arbeitshilfe, wie es der katholische Weltkatechismus formuliert. Allerdings ersetzt der Katechismus weder die Beschäftigung mit der Heiligen Schrift selbst, noch darf er gegen sie ausgespielt werden. Christus ist das unüberholbare, fleischgewordene Wort Gottes, das uns in den Evangelien überliefert wird. Die Evangelisierung ist und bleibt unsere vorrangige Aufgabe und sie muss, wie ich immer wieder betone, der Sakramentalisierung vorausgehen, die ohne sie wie ein Haus ohne Fundament wäre. Sonst machen wir Riten wie im Gießkannenprinzip, wenn wir Sakramente spenden ohne Vorbereitung. Ich muss auch Evangelisierung haben. Ich muss wissen, was die frohe Botschaft ist. Und dann kann ich auch die Sakramente nach gediegener Vorbereitung spenden. Und das ist nochmal was, wo ich manchmal beim Synodalen Weg meine Bedenken habe. Nichts gegen Communio, aber die Communio ist immer eine Communio Hierarchica. Oder anders gesagt, es geht nicht nur um Gemeinschaft, es geht um Sakramentalität der Kirche. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ich sage auch gar nicht, speziell die sieben Sakramente, Riten, Liturgie, das ist nicht nur eine liturgische Frage, die Sakramentalität der Kirche, sondern es ist die Entfaltung dessen, was in Lumen Gentium I und in vielen anderen Dokumenten des Zweiten Vatikanums sich entfaltet. Übrigens auch in Gaudium et Spes hier zu sagen, die beiden Dokumente, das eine ist dogmatisch und das eine ist pastoral orientiert. Nein, beide leuchten einander aus. Das sind nicht zwei Theologien, sondern das eine bedingt das andere. Petrus Canisius war daran interessiert, ein Lehrbuch zur Glaubensunterweisung vorzulegen, das zur Selbstvergewisserung der Katecheten diente und in seiner Frage-Antwort-Struktur gut vermittelt werden konnte. Daher stammen seine Katechismen ganz und gar aus der Praxis. Ja, er selbst war sich nicht zu schade, Kindern den Glauben weiterzugeben und für sie spezielle Kindergebetbücher zu verfassen. Es war sehr interessant. Er hat vor allem auf Kinder und Jugendliche gesetzt. Über der Pfarrersachristal im Augsburger Dom, da muss man wie in einer Art Wendeltreppe hochsteigen, gibt es einen Saal, ein Obergemach. Und in diesem Obergemach hat Petrus Canisius den Kindern Katechese gegeben. Besondere Gruppen führe ich oder unser Hauptmessner auch rauf. Also wenn Sie kommen, Heiligenkreuz, Schlüsselwort, werden Sie raufgeführt in den Katechese-Saal. Das ist hochinteressant. Daher forderte, also so muss man sagen, bewusst hat Petrus Canisius in der damals reformatorisch dominierten Stadt Augsburg, in der, auch das ist interessant, katholischer Unterricht verboten war, sogar sein Leben. Es war lebensgefährlich zum Teil für ihn. Und daher forderte Canisius am 16. September 1560 vom Domkapitel, dass innerhalb der Kathedrale ein sogenanntes Konklave, ein abschließbarer, verborgener Raum zur Verfügung gestellt werde, ausdrücklich zur Unterrichtung der Kinder, die Pueri. Also dieser Saal der Katechese für Kinder hieß Konklave. Es war kein Kinderwahlrecht für möglichen Papst, das war es nicht, Konklave. Aber es war ein sicherer Raum, wo Petrus Canisius der jungen Generation den Glauben erklären konnte. Pädagogische Orte und Methoden ändern sich, doch der Auftrag zur Weitergabe des Glaubens bleibt. In den letzten 60 Jahren haben wir intensiver als je zuvor gelernt, ökumenisch zu denken und zu leben. Und so erinnere ich als Augsburger an die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die nicht von ungefähr 1999 in Augsburg unterschrieben wurde. Professor Clausnitzer, ein passionierter Ökumeniker, auf Bamberger Diözesanebene, ebenso wie an der Uni Würzburg und auch auf Bundesebene kann euch da sicherlich auch mehr erzählen. Ich erinnere an das Gedenkjahr der Reformation, das wir 2017 vor fünf Jahren bewusst als ökumenisches Christusfest feiern wollten. Wir tun gut daran, uns immer wieder solche Ereignisse zu erinnern und nicht nachzulassen an der Verwirklichung des Wunsches Christi, dass alle eins seien, mitzuarbeiten. Ich glaube, bei allem konfessionellen Unterschied müssen wir versuchen, so ein Grundzeugnis des Christentums abzulegen. Da bin ich auch bei Johann Michael Seiler und bei Ihrem Studienbekam, der ein großer Verehrer von Johann Michael Seiler ist, erster großer Pastoraltheologie, der immer von der Zentralidee des Christentums sprach, so theologisch, Gott in Christus, das Heil der sündigen Welt. Ja, Canisius kann uns Ansporn sein, geistig, geistlich nicht stehen zu bleiben, sondern unseren Glauben in einer pluralen Welt im Sinne des Zweiten Vatikanums stets zu verhäutigen. Und damit komme ich zu einem letzten Aspekt, der mir an der Gestalt des Petrus Canisius wichtig ist, nämlich Petrus Canisius als Mystiker. Auch das ist interessant, als Mystiker. In rastloser Sorge um die Seelen legte er, so hat man errechnet, mehr als 100.000 Kilometer meistens zu Fuß zurück. Ein Auto, ich frage mal den Chauffeur, Herr Mägele, wenn wir mal 100.000 Kilometer drauf haben, Plug-in-Hybrid, klappt das? Schaffen wir das, 100.000. Aber Petrus Canisius ist zu Fuß gelaufen, beinahe unvorstellbar bei diesem Arbeitspensum. Nicht umsonst werden in der Jesuitenkirche in Canisius' Geburtsstadt hat seine Schuhe als Reliquien verehrt, durchgelatscht. Was oder vielmehr wer hat ihn zu dieser Lebensleistung befähigt? Ein unermüdlicher, reisender Wanderer in Sachen Christus mit mehr als 100.000 Kilometern. Von Jugend auf prägte Canisius vermittelt durch den Karthäuser Mönch Johannes Justus von Landsberg eine tiefe Herz-Jesu-Fremdigkeit. Ja, Herz-Jesu-Mystik. Auch die Jesuiten, Mama geht es unter, auch ein Karl Rahner, eines seiner ersten Werke, behandelte Herz-Jesu-Fremdigkeit. Sinnenfällig erinnert man daran bis heute in Tirol, und zwar im Herz-Jesu-Monat Juni. Dort werden traditionell riesige Holzstöße, die an den Berghängen kunstvoll in Form eines Herzens mit Kreuz aufgeschichtet sind, tief in der Nacht entzündet und sind dann kilometerweit als Leuchtfeuer sichtbar. Eine ungewöhnliche Art. Hier sehen Sie es. Am wilden Kaiser und am Kalkstein. Eine ungewöhnliche Art, sich zur Treue gegenüber dem Herzen Jesu zu bekennen und für alle, die im Tal zu den brennenden Herzen aufschauen, ein eindrückliches, unvergessliches Erlebnis. Matthias Moosbrugger, der Biograf, den ich erwähnt habe, und ein anderer, Pierre Emonet, zeichnen in ihren Biografien die persönliche Christusbeziehung des Canisius nach, die gleichermaßen von der Spiritualität der Kathäuser wie der des Ignatius und eines Peter Faber geprägt ist. Die lang geübte Herz-Jesu-Verehrung, die Petrus Canisius zeitlebens als aktiver Seelsorger besonders förderte, gipfelt während der Vorbereitung auf die Ewig-Profess in Ancona am 4. September 1549 in einer Herz-Jesu-Vision, die ihm viele Jahrzehnte später noch so lebendig vor Augen steht, dass er sie in seinem geistlichen Testament in Form eines Gebetes an den Heiland wachruft. Wörtlich, Du eröffnest mir damals gewissermaßen das Herz deines so heiligen Leibes, in dessen Inneres schauen zu dürfen, ich den Eindruck hatte. Ich spürte ein großes Verlangen zu erleben, wie sich in mir Ströme von Glauben, Hoffnung und Liebe ergießen. Ich hatte ein großes Verlangen danach, ein Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam zu führen. Ich bat Dich, mich ganz und gar zu reinigen, mir Kleider des Heils anzulegen und mich zu schmücken. Du versprachst mir daraufhin, meine Seele mit dem Gewand des Friedens, der Liebe und der Beharrlichkeit zu bedecken. Diese neuen Gewänder des Heils schenkten mir Zuversicht. So konnte ich voll Vertrauen in die Zukunft schauen, denn ich wusste, dass es mir an nichts fehlen werde und dass alles zu deiner Ehre gereiche. Soweit Petrus Canisius. Omni ad majorem dei gloriam. Das Leitwort des Jesuitenordens klingt hier ebenso an wie Psalm 23 und die so ermutigende Stelle aus Jesaja 61. Denn schon der Prophet meint mit den Kleidern des Heils mehr als nur eine schützende Hülle, mehr als Textilien. Er umschreibt damit die Würde des Menschen und letztlich eben jene heilende Beziehung zwischen Gott und jedem von uns, seinen Geschöpfen. Im Bild des Herzens Jesu erfährt Canisius also das bedingungslose Angenommensein durch seinen Schöpfer und erhält Kraft und Mut für sein Wirken im vom Glauben streit zerrissenen Deutschland, dem dreimal unglücklichen Deutschland, wie er es nennt, Ter misera Germania. Ter misera Germania, wie er es 1551 in einem Brief an Ignatius nennt. Mit Erlaubnis seines Ordensvaters kann Canisius sogar durchsetzen, dass alle Priester der Gesellschaft Jesu monatlich eine Messe für das geistliche Wohl Deutschlands und der Länder nördlich der Alpen lasen. Das war für mich ein Impuls. Ich habe nach Beendigung der Bischofskonferenz, den Brief hatte ich schon als Idee, an alle Priester und Ordensgemeinschaften geschrieben, es soll doch einmal im Monat eine Votivmesse für die Einheit der Kirche in Deutschland gefeiert werden. Ich habe gutes Echo bekommen. Manche haben schon gesagt, ist das nicht zu dramatisch. Schauen wir mal, wie es wird. Aufzwingen tue ich nichts, aber ich habe das bewusst nach diesem Impuls von Petrus Canisius als geistlichen Rat für unsere Diözese Augsburg einfach mal gegeben. Ausgesprochen skrupulös veranlagt, vermag er aufgrund seiner eigenen leidvollen Erfahrungen auch anderen hilfreicher Begleiter zu sein. So empfiehlt Canisius Mitte Oktober 1560 z.B. einem kranken und von Sünden angstgeplagten Mitbruder, wir würden heute sagen skrupulant, er solle sich davor hüten, zu viel über die Sühne der Sünden, die Qualen des Fegfeuers und die Stränge des jüngsten Gerichts nachzudenken, sondern stattdessen die göttliche Barmherzigkeit meditieren und, so wörtlich, sein Nest in den Wunden Christi bauen. Sein Nest in den Wunden Christi zu bauen. Das eigene Zuhause in den Wunden Christi errichten. Das scheint mir die spirituelle Herzkammer des Phänomens Petrus Canisius zu sein. Hand aufs Herz. Wir alle tragen Wunden in uns. Seelenwunden. Manche mussten verwundet werden in ihrem Ehrgeiz, auch in ihrem Wunsch, sich selber zu produzieren, dass sie verwundet werden mussten. Das kennen wir auch bei großen Heiligen. Um letztendlich in Jesu Wunden Heilung zu erfahren und selber wie verwundete Ärzte und Ärztinnen der Seele zu helfen. Nochmal, das eigene Zuhause in den Wunden Christi errichten beziehungsweise sein Nest in den Wunden Christi bauen. Das ist unser Nest. Und schauen, wir werden Geborgenheit finden, wir werden auch schauen, dass wir vielleicht ausbrüten oder was Gott mit uns da ausbrütet, sein Nest in den Wunden Christi bauen. Wes das Herz voll ist, das läuft der Mund über. Diese im Deutschen sprichwörtlich gewordene Übersetzung eines Jesus-Wortes, übrigens die Übersetzung von Luther, habe ich jetzt hier mal zitiert. Das war auch die Methode des Karnisius, der nicht nur gegen die Reformation war, sondern Impulse aufgegriffen hat, aber sie katholisch weiterentwickelt hat. Methode des Karnisius, eines Predigers, der weder durch große Originalität der Gedanken noch durch brillante Rhetorik Eindruck machte und trotzdem seine Zuhörer nicht selten stundenlang gefesselt hat. Warum? Weil er im Erzählen von Gott kein Ende finden konnte. Er hat einfach das Amen nicht gefunden. Aber die Leute hingen ihm an den Lippen. Petrus Karnisius brannte kein rhetorisches Feuerwerk ab, aber er verzehrte sich als spirituelles Kraftwerk. In seiner Christusbeziehung liegt das Geheimnis seines erfolgreichen pastoralen Wirkens und letztlich auch das Vermächtnis dieses missionarischen Jüngers, Evangelii Gaudium. Dabei sind Karnisius Briefe und theologische Texte, tausende von beschriebenen Seiten bis heute ein Schatz, der immer noch darauf wartet, wiederentdeckt und gehoben zu werden. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, jetzt habe ich, weil wir ja später anwinken, ziemlich genau eine Stunde gesprochen, Punkt, Landung. Ich sage am Ende nur noch das Grundwort bei Karnisius, Persevera. Dieses Wort hat der 16-jährige Petrus Karnisius in Großbuchstaben auf den Deckel seines Lateinheftes geschrieben. Persevera. Ich weiß nicht, ob er Latein nicht so gern wollte, aber das war das erste Wort auf dem Lateinheft. Persevera. Halte durch, sei beharrlich, bleib dran, Krisen durchstehen, Widerstand aushalten, treu sein im Glauben und in den Werken des Evangeliums. kann es ein besseres Motto geben für uns, für Heiligenkreuz in dieser delikaten Zeit. Applaus